Jo, der Sven ist wieder am Start. Servus, grüß dich, hallo. Oh, mir ist da gerade was aufgefallen. Warum sagt mir das keiner? So, Greenscreen wieder besser, weil da hinten, wenn da die ganze Zeit irgendwie so ein Käse ist, es schaut doof aus. Jo, was steht an? Was haben wir zu tun hier? Hier, ah ja, hier, genau, hier, das neue Spielzeug, hier. Der gute Progress P100, 3 Meter. Schönes Teil. Voll modern. Ja, und natürlich hier voll alt, unser schöner MB-Truck, der 1800er. Und ein bisschen, gibt ein bisschen hier, krass jetzt hier, ne? Guck mal, wie schön hier eingesunken hier. Ist nicht toll gemacht hier? Ganz neu? Das hat er beim 17er und beim 19er noch nicht so schön gemacht hier. Schaut schon gut aus. Gefällt mir. Schön. Jo. Mal Gas gehen, ne? So, und zwar, ähm, fangen wir hier an. Muss mal ganz kurz hier an meinem Headset ein bisschen drehen, weil es ein bisschen laut heute. Ein bisschen laut, was er da tut. Hier hinten sind noch ein paar Falten, da kann man nicht gucken. Hier, guck mal, das ist nicht schön. Guck mal, noch ein bisschen hier, hier, hier. So. Ja. Dass man auch den Hintergrund toll sieht, ne? Weil ich finde es zwar schön, wenn ihr, wenn ihr meinen Stuhl seht, ist zwar toll, aber ihr habt ja nichts davon, ne? So, auf geht's. Wir haben ja gesagt, hier Mineral, äh, 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 hier, Dünger kann er selber ausbringen jetzt hier. Hat die Maschine. Jetzt müssen wir nur gucken, dass man schön, gerade am Rand ist es wieder schön wichtig, dass hier alles, auch wirklich alles erwischt wird. Deswegen habe ich hier auch schön gekalkt am Anfang. Das da hier schön, dass man hier schön alles mitnimmt. Wenn man dann mittendrin ist im Feld, dann geht alles ein bisschen anders. Oh, hier, hier flutscht er ein bisschen weg hier. Das macht aber nichts. Wir machen das ja nur letztendlich einmal. Und dann wird er praktisch nur benutzt hier als Wiese. Ja, und da sieht man schon den orangenen Streifen, also da unten. Ich muss mal kurz gucken hier. Hier unten hier, orange, hier, ne? Da hinten ist der Pfeil, da bin ich jetzt hier oben. Und dann sieht man hier genau, dank Precision Farming, dass er hier wirklich Dünger draufgeklatscht hat. Beziehungsweise sieht man das auch hier oben in der Anzeige mit dem Fähnchen, da geht er hin zum Fähnchen. Das ist für ihn so die optimale Einstellung. So, jetzt muss man hier nur hier gucken. Schön alles mitnehmen hier. So muss das. So, dann müssen wir die Kamera wieder ein bisschen justieren. Ja, innen drin ist jetzt blöd, weil da muss es da viel zu viel gucken, wenn ich jetzt nur In-In-Bordansicht nehme. So, hier ist es eigentlich egal, da können wir drüber bügeln. Da habe ich ja teilweise auch die Büsche ein bisschen ausgespart extra, damit es ein bisschen schöner ausschaut. Und nicht alles weggepflügt. Damit es auch ein bisschen schöner ausschaut hier alles. So, habe ich jetzt hier alles mitgenommen. Wie schnell macht er das eigentlich, wenn ich hier auf automatisch... Ah, 11 kmh, 10 kmh. Ja gut. Kann man das ja lassen hier. Wenn der hier so wegrutscht, ist es halt völlig normal, weil der Boden ist recht uneben. Und die Maschine tut er praktisch rein theoretisch gleichzeitig mit hier grubbern. Was natürlich in dem Fall jetzt nicht unbedingt nötig ist, aber ich kann es halt nicht extra ausschalten. Und die Drille würde ich halt gern für die normalen Felder hauptsächlich verwenden. Also das heißt, das eine Mal, da muss es sich halt jetzt einfach mal die Maschine und der MB-Trag ein bisschen durchkämpfen. Also wie gesagt, das hier jetzt gerade hier vor Last, der kommt an seine Grenzen. Was mich aber jetzt persönlich auch nicht wirklich stört. Weil ein Trecker, der einfach so lari-fari hier alles hier wegarbeite, das macht keinen Spaß. Ihr könnt übrigens auch schon mal hier gucken. Dann guckt man hier oben hier, sieht man ja wunderschön die Ruine da oben. Ist es nicht schön. Ah ja, F1, brauchen wir nicht. Kann man wegmachen, zieht man noch ein bisschen mehr hier. Theoretisch kann man eigentlich auch da unten den Plan wegmachen, aber wenn man den Plan weg hat, dann sieht man eben nicht mehr, wie schön hier gedummt wird. Ich gehe auch davon aus, dass mir das Saatgut und der Dünger nicht reicht für das ganze Feld. Ich werde es hier auch wieder so machen, ich fahre hier einfach mal rum und dann verabschiede ich mich mal wieder so rein optisch. Bin dann mal weg. Bin dann mal weg. Und werde dann das Video ein bisschen beschleunigen. Später mache ich das nicht mehr beim Dreschen und bei den Feldern, weil da ist sowieso so viel Parallelarbeit und so weiter und so fort da. Aber hier, das ist dann schon ein bisschen ein einsamer Job, wenn man jetzt hier eine halbe Stunde dort hockt und guckt mir praktisch beim Drillen zu. Es mag vielleicht beruhigend wirken, aber ich glaube, da gehen wir dann auch irgendwann mal die blöden Sprüche aus. Und deswegen hier am Anfang hier, jetzt sehe ich nichts mehr, halt. Deswegen am Anfang hier erstmal einmal außenrum schön geeiert. Dass man erstmal ein Bild dafür hat, wie groß das wird, auch mit dem Dünger unten dran. Dass man sieht hier, oh ja, der braucht Dung, die Wiese, trotz alledem. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, das mit Precision Farming ist alles eine schöne Geschichte. Aber du hast ja eigentlich dann auch, zum Schluss zeigt er immer so diesen Ertrag mit an. Und jetzt tut er praktisch für Gras oder für die Wiese optimal düngen. Aber wie ist das dann eigentlich in der Anzeige? Weil dann bin ich trotzdem bei 50 Prozent, obwohl ich die eigentlich perfekt gedüngt habe und müsste eigentlich vom Ertrag her wesentlich mehr rausbekommen. Ich kriege auch mehr raus, wenn ich die praktisch überdünge. Und das ist mir irgendwie ein bisschen unlogisch. Also das erklärt sich irgendwie nicht ganz so von selbst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich haue hier Gülle drauf, kann ich wesentlich mehr Gülle jetzt eigentlich drauf hauen. Und hier jetzt gerade eben Dünger verbraucht. Ich sehe es jetzt wenig als problematisch, wenn ich ehrlich bin, weil das Spiel will es scheinbar so haben. Man will auch, dass ich lauter Bäume im Gesicht habe. Aber es ist ein bisschen komisch. Ja, also wenn ihr da eine Antwort drauf wisst, gerne unten Kommentare. Die sind bei mir immer so leer, irgendwie will keiner was schreiben. Wenn da einer was drüber weiß oder meint oder sagt, nö, passt schon so. Oder weil ich weiß nicht ganz genau. Ist mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wichtig bei Wiese, wie ob der Ertrag jetzt bei 100 Prozent liegt. Eher bei Getreide und so weiter. Weil ich habe ja hier eine riesengroße Wiese. Kann ich jetzt nicht so genau sagen. Weiß ich nicht. Aber falls es jemand weiß und das mir gerne weitertragen möchte, dann werde ich das natürlich dann bei einem von den kommenden Videos dann auch kommentieren dazu, wenn da mir einer unten reinschreibt. Also man sieht hier am Rand, ich habe schon extra ein bisschen katastrophal gepflügt. Aber das weiß einfach dann ein bisschen realistischer ausschauen soll hinterher. Dass es ein bisschen schöner übergeht von Wiese in die Wiese, wie sie vorher war praktisch. Deswegen habe ich halt hier jetzt ein bisschen mehr Arbeit. Weil ich hier ein bisschen genauer fahren muss, dass auch wirklich alles hier jetzt angesät wird. Und da ist irgendwie der Baum im Weg, oder? Oder ein Ast? Ja, ein Ast ist hier im Weg, oder? Da ist ein Ast im Weg. Dann machen wir das halt anders, ne? So. Ein bisschen Kamera drehen, ne? Nicht, dass man hier jetzt hier wieder hier irgendwie ein bisschen leicht gacker wird, oder so. Tempromat können wir wieder reinpfeifen, so. Kann jetzt sein, dass er gleich hier irgendwie motzt und sagt, hier nicht dein Feld, oder so, weil ich zu weit drüben bin. Aber das scheint aber zu funktionieren. Ich muss auch sagen, ich habe auch das Patch nicht drauf. Da hat er als Stellar nämlich irgendwas mit den Rändern zum Bach gemacht. Ich weiß nicht, ob es hier an der Stelle auch ist. Aber ich habe mal gesagt, ähm, ja, ey, läuft doch. Und ja, läuft doch. Schön. Sag ja, auch wenn das gerade die erste Runde hier ein bisschen ineffizient ausschaut. Alles halb so wild. Das wird schon. So, und hier ist das Schöne. Den Feldweg, wo ich hier angezeichnet habe, der bleibt bestehen, wenn ich drüber fahre. Zack. Sehr schön. Und zwischendrin normale Wiese. So soll es sein. Also merke, alles, was du selber rein dexturierst, bleibt dann auch drin. Ganz wichtig. Nerd-Wissen. Ja. Da haben wir ein bisschen hier gemolkst. Dann müssen wir nochmal hier rückwärtsgangschnuffeln. So. Kurbel, Kurbel. Ach, ist das schön, dass da so ein Knubbel vorne dran ist, hier bei meiner Lenkung, hier bei der Original. Da geht es einigermaßen. Du kriegst zwar ein bisschen Arm dann mit der Zeit, aber wenn du es mal drei Stunden gemacht hast. Aber das alles macht der Gewohnheit. So, was haben wir denn jetzt hier unten überhaupt von der Zeit? Oh, schon wieder zwölf Minuten hier rum. Ja. Ich würde sagen, ich kling mich dann hier mal aus. Und der Rest macht der Sven wieder im Time Warp. Und dann sage ich schon mal, viel Spaß beim Flitzen. Oder beim Flitzen zugucken. Na? Hier. Der Sven sagt Bye, bye. Ach ja, und das Übliche, was ich eigentlich immer am Anfang sagen wollte, weil das machen die Großen immer so. Abonnieren nicht vergessen. Liken nicht vergessen. Glocke aktivieren nicht vergessen. Ja, ich glaube, das war's, ne? Ich hoffe. Ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, das war's, ne? Also, ich hoffe, das war's. Ich hoffe, das war's. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.